ok grusel ok gruselmodus das war ein bisschen zu fester ich schau mal ab 8 schläge schon im ersten loch direkt natürlich Natürlich, natürlich, du schlägst mich, ich prall vom Torwart ab und das mal raus. Spiele ich einen Scheiß momentan zusammen? Er hat wieder 10 Schläge, was ist das für ein Mist? Spiele ich einen Scheiß momentan. Spiele ich einen Scheiß momentan. Spiele ich einen Scheiß momentan. So. 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 pfeil 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 ach so wer bremst den ab das ist doch nicht wahr das ist doch Das ist überraschend. Sieben Schläge. Jetzt schweigt aber irgendwie jeder gerade. Was soll ich denn groß erzählen? Ich freue mich, dass du gerade so gut drauf bist. Weil wir kriegen ja mal beide nichts gebacken. Natürlich nicht. Ach, pah. Komm mal hin. Was soll denn da hin? Darüber oder was? Natürlich. Wieso der auf trotzdem so langsam darüber noch da raushift? Puh. Sieben Schläge. Hey. Okay. Okay. Das ist nicht wahr. Da geht der nicht drauf. Auf. 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 Einschläge, Alter. Ich spiele echt nur eine Scheiße gerade zusammen. Ich bin absolut unzufrieden mit mir gerade. Zieht sich aber schon die ganze Aufnahme durch. Nur die erste Runde, wo ich am Anfang gut war und dann am Ende richtig verloren habe. Auf einmal haben sie sich ganz heimisch nach oben. Die sagt nix, sie macht einfach. Ja, genau. Ich bin drüber gekommen. Ja, ich war auch drüber und dann hat mich so ein Abwehrspieler da wieder zurückgehauen. Ja, so geht's mir aber mittlerweile echt seit keine Ahnung. Die ganze Zeit. Natürlich zu schnell. Double bogey. Gen schau. Schösser kehrer. Und schon wieder. Das ist der Traxesel, ne? Geht schon wieder gut los ist hier. Gott sei Dank jetzt mal. Träften versucht aber erst drüber zu gehen. Nee, aha, du so scheiß tobert, alter. Geht auch da weg. Voll ich hatte wieder hinter dem Abwehrspieler. Und dann bin ich bis das Ding mit acht Schlägen weg. Markus, versuchen wir mal an dem anderen Weg, wo kann ich sagen, an dem Weg geht rechts vorbei. An der links vorbei. Ja. 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 Was ist das? Ja, natürlich, ich schicke in so einem Dreckswinkel. Zwölf Schläge. Ich weiß nicht, wo die Schläge her zählt. Warum auch immer. Boogie. Boogie. Geht doch da vor. Pop. Pop. Boogie. Und wir sind alle gerade so frustriert, dass keiner irgendwie gerade verspricht. Alter, guck dir das mal an. Wo hängst du denn da unten drunter? Viel Spaß, komm da raus. Aber sowas passiert. Ja, du hängst genau unter dem Scheiß der Kante drunter, ja. Und hier war das ein bisschen rechts von dem auf das Glas treffen, ne? Ja, nicht ganz. Ach, komm mal hin. Ja, war da genau getroffen. Und jetzt sind wir auch noch hochgesprungen, ja. Gott sei Dank. War der drinnen, Herr Baby? Ja. Okay. Na, ich habe das ziemlich genau von dieser Kante gekauft. Ja, ich habe das ziemlich genau von dieser Kante gekauft. Ich habe das ziemlich genau von dieser Kante gekauft. Oh nein. Oh nein. Ich habe das Gefühl, das Ding wird schön abgebremst hier. Ich frage mich, wie das gehen soll gerade. Ja, du musst wahrscheinlich direkt davor liegen. Weil ich habe zweimal jetzt mit voller Kraft gemacht, so der kommt, kommt gerade über die Hälfte weg. Wir lassen doch nicht. Ich nehm mal bringen, mir. Na, Gott sei Dank. Irgendwo ist es da gelandet. Ich spiele schon vom Tor. wenn du kommst mit zwölf schlägen daraus nach der baby wird das klamm und heimlich natürlich geht er nicht rein ich weiß nicht wie der zählt der gibt mir schon mal fünf stück dazu schön und da versinkst du denn jetzt kommt weiter drin ja wie du hast gewonnen das ist ja mit 20 schlägen nicht mehr zu nehmen natürlich nicht natürlich nicht zwei da liegen aber warum sollte man ihn auch zählen ich bin mal kurz auf toilette da habe ich mir die ganze schätze da leider tun jetzt geht doch wenigstens wenn wir kurz über elf schlägen raus außer schlecht gerade wird noch letzte ich bin so richtig unzufrieden mit mir gerade ja ja Vielen Dank.